Du Bösewicht! Das macht man nicht! Ha! So! Mit dem blöden Klingenstab bist du mir richtig wusst! Und tschüss! Geh brennen! Werde eins mit dem Feuer, Kollege! So, jetzt können wir aber mal voranschreiten hier! So, ein paar sind es aber noch. Wir haben ja jetzt den Vordereingang gewählt, muss man ja auch dazu sagen. Eigentlich sollte man ja den Hintereingang über die Täler nehmen. Aber den habe ich jetzt mal beflüssentlich außer Acht gelassen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal da reingeschaut. Wir haben's! Wir haben's! Die Schmiede ist frei! Wir haben's geschafft! Ah! Ist das nicht herrlich! Und da kommt die Heronmusik wieder. Oh! Göttlich! Göttlich! Oh! Ich liebe es! Ist das nicht schön? Wenn die liebliche Musik einem sagt Junge! Du hast es geschafft! Gut! Das ist natürlich wunderbar! Dann kriegen wir gleich noch mal richtig Ruf, denke ich, wenn wir dann oben das abgeben gehen in das Quest. Der eine gleiche unten in Stellung bezogen und bleibt stehen. Völlig in Ordnung. So, und jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir hier was für uns noch finden können zum abgreifen. bloß ein Jäger. Nichts besonderes der Typ. Es kann natürlich sein, dass wir das Quest jetzt hätten bei Retor abgeben müssen. Der jetzt dummerweise unter Umständen verstorben sein könnte. So, das nehmen wir natürlich mal mit hier das Zeug. Kann man immerhin profitabel wieder verkaufen. Wenn auch der Profit jetzt nicht allzu groß ist. Ich bitte aber darum, die richtigen Waffen zu nehmen. Was zur Hölle tust du da? Was zur Hölle tust du da? Was zur Hölle tust du da? Was hast du da als zweite Waffe? Sehr, sehr merkwürdig. Jetzt war das. Sehr gut. In Ordnung. Ambers, äh, Wasserfass, Ambers. Genau, hier ist der Erzofen. Mh, nein. Und mit dem können wir nicht umgehen. Sieht auch... Puh, interessant aus. Wie da diese dicke Lavawurst rauskommt. Ich frage mich auch, wo das ganze Zeug hingeht. Aber, naja. Man sollte nicht zu viele Fragen stellen. Es soll halt hübsch aussehen. So, und ich gucke jetzt mal ganz kurz noch hier hinten nach. Ob da vielleicht noch irgendwas ist, was wir bekämpfen müssen. Kann ja sein, dass hier irgendjemand ist, den zu bekämpfen, man als Aufgabe erhält. Dann kann es natürlich sein, dass der nicht flüchtet. Ich weiß es nicht so genau. Oh, hier sitzt schon der erste Töter rum. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, ja. Tschüssi. Gut, schauen wir mal. Das wäre der eigentliche Weg gewesen, den man hätte nehmen sollen. Oh, hier gibt es noch einen Mühlstein. Siehste mal, hat sich schon gelohnt. Können wir nochmal unsere Stärkepunkte erhöhen. Immer wieder schön. Und weg das Ding. Rons. So. Weiter geht's. Hier ist nirgendwo mehr was. Also das wären noch ein paar Kämpfe gewesen, die wir hier hätten bestreiten müssen. Holzfäller-Axt. Achso, bloß vorne im Skelett. Genau. Und hier wären wir dann rausgekommen. Ich glaub nicht speziell an dieser Stelle, sondern noch ein Stück weit davon. Haben wir auch schon mal reingeguckt. Das ist alles noch hier Teil des Hintereingangs. Also, wie wir sehen, hat man hier auch richtig böse zu kämpfen. Wenn man sich den vornimmt. Es ist also egal, wo genau man lang geht. Ach, siehste mal. Da stehen noch welche. Also egal, wo man lang geht. Man hat so oder so richtig schwere Kämpfe vor sich. Und ich glaub, wir haben jetzt eine sehr komfortable Art und Weise gefunden, uns da hier der Schmiede anzunehmen. Das war ganz gut, denke ich, dass wir da die anderen auch mit zur Hilfe genommen haben. Und die haben uns natürlich auch sehr willentlich dabei geholfen. Das war günstig, dass die da reingezogen werden. Oh, der Typ mit der Axt geht mir ziemlich auf die Eier grad. Uuuu. 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 Ja, trink mal was. Trink mal was. Trink mal was. Du musst natürlich auch auf die richtige Taste drücken. Das könnte dann schon helfen. So. Okay. Erstmal den mit der dicken Waffe hier. So. Jetzt sind die Krieger natürlich kein Ding mehr. Es sei denn, ich stell mich doof an. Was schon von Zeit zu Zeit hervorkommt, beziehungsweise der Held stellt sich doof an. Geh doch mal bitte auf den Links, den du die ganze Zeit anvisierst. Dankeschön. Es ist zu edel von dir. Uuuu. Uuuu. Gut. Sammeln. Wie immer. Das nervt bestimmt ein bisschen, oder? Also ich will den Scheiße mit einsammeln, aber dann musst du durch. Das gehört dazu. Wunderbar. Uuuu. Weiter geht's. Ach, hier liegt tatsächlich einer. Ich dachte grad, das ist ein seltsam geformter Stein oder sowas. Und mal wieder in die Erzader gehen. Ich frag mich grad, warum die Jungs stehen geblieben sind. Hier. Die scheinen also nicht mehr direkt mit zur Besatzungsmacht der Schmelze gehört zu machen. Immer fest und auf. Das ist meine Meinung dazu. Äh, was? Bitte sehr. Ich speichere mal kurz. Und dann schauen wir mal, ähm. Hier sind tatsächlich noch ein paar. Das ist goldaderlich. Das ist uninteressant. Du bist kein Geist. Hier sind noch richtig viele. Alter, was ist nicht von der Ecke hier? Vielleicht, weil es der äußere Zugang ist, dass deswegen die nicht mit dazu gezählt werden und nicht geflüchtet sind. So. Gut. Sehr gut. Das ist auch nichts dagegen machen, so wirklich. Wenn die dir in den Rücken fallen, kannst du dich nicht umdrehen und es irgendwie blocken. So. Da oben warten noch ein paar. Die will ich jetzt aber auch mit beseitigt haben, damit ich weiß, dass hier alles frei ist. Damit die Gewissheit herrscht, dass die armen Notmacher nicht nochmal irgendwie angegriffen werden. So. Rot. Gerne. Warum auch nicht? Schinken. Warum auch nicht? Schinken. Fleischschwarze. Gerne. Warum auch nicht? Nein, die das verdienen. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn das haben wir sowieso auf der Shortcut-Leiste. Da ist es günstig davon noch mehr zu sammeln. Dann will. Du musst entschuldigen. Solange da kein Schamane dabei ist, mein üblicher Spruch, kann ich hier genüftig weiterziehen. Ne, das sind alles Krieger. Okay. Mit Anführer zwar, aber das geht. Und ich mal wieder mitten rein. Total schlau. Taktisch unglaublich klug. Ha! Was hast du davon? Bislang sieht's gut aus, muss ich mal so sagen. Cheat und known! Im richtigen Moment umgedreht und die Attacke abgewährt? Ja! Irgendwann muss es bisher mal passieren! Uh! Shit, 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 shit. Weille, weille, heidewitzker, Herr Kapitän. Das ist knapp. Ja, ja, ja. Nicht heute. So! Und trinken, bitte! Danke schön! Hell, door. Ja, wenn man da mal richtig zwischen die Äxte gerät, dann ist das unschön. So. Neue Runde, neues Spiel. So, das war's auch für den. Irgendwie lässt es hier gerade äußerst unschön kämpfen, das Gefühl. So, aber da ist der Ausgang der Höhle. Das heißt, ich nehme an, ich habe dann auch das Ende meines Weges erreicht. So. Haben wir die noch beseitigt und damit hat es sich dann auch nicht die Fleischwanze, du sollst den Orkia ausnehmen. Ja, genau, hier liegt noch ein bisschen was. Gut, noch mal ältere, sehr schön. Okay. Das haben wir und wir schauen mal, ob wir von Wirklichkeit haben sind. Ja, hier lag auch schon der erste Urk hat ich gerade noch gesehen. Der, den hat ich nicht so platt gemacht. Genau, ich glaube, wir sind hier damals vorbeigekommen und hatten kurz da reingeschaut, um dann festzustellen, oh, das sind aber viele. Nein, wir lassen es lieber. Aber, ich glaube, so war das. Gut. Und damit wir jetzt nicht den ganzen Weg zurückgehen müssen, nehmen wir da einfach mal den Teleportstein und teleportieren uns zum Hammerklaß. So, das ist echt gut, dass wir das geschafft haben und damit haben wir jetzt die große Aufgabe in Notmar eigentlich erledigt. Also, ich meine, es gibt natürlich die... Selbst, ob ich nicht schon genug Probleme hätte. ...befreit Notmar-Quest hier, aber der richtig große Kampf ist der um die Schmiede, um die Schmelze und den haben wir geschafft. Und Reto lebt noch. Das mit der Mine war gute Arbeit. Sehr schön. Davon kann ich mir nichts kaufen. Rede mit Tjalf. Er wird sich angemessen belohnen. Tjalf. Ach ja, Tjalf ist der Chef, ne? Ich glaube. Gut, da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich glaube, wir haben ja auch noch keinen richtigen Questabschluss gehabt. Der müsste dann ja auch mit dem Gespräch mit Tjalf erst kommen. Und da hoffe ich mal, richtig Ruf zu erhalten. Denn das war ja jetzt wirklich nicht ohne, ne? Und es kommt noch schlimmer. So. Jetzt soll den Namen machen. Also, weiter machen wir jetzt nie was. Schöne Stimme. Wunderschöner Tenor. Ja, es sei denn, er heißt Kämpfer, dann hat er natürlich seinen Namen. Wäre auch mal lustig, wenn er mir einen NPC-Namen als Kämpfer hinstellen würde. Gut, wo ist Tjalf? Tjalf sitzt, nicht? Ach, der schläft sicherlich. Das wäre eine Option. Ja. Ich habe gehört, was du bei der Befreiung der Mine geleistet hast. Gute Arbeit. Springt dabei auch was für mich raus. Hier, in der Truhe bewahren wir unser Gold auf. Bedien dich. Äh, super. Habt ihr sonst noch was zu tun? Im Moment kommen wir klar. Du hast dem Clan schon genug geholfen. Wir stehen tief in deiner Schuld. Das war's. Ha. Naja. Gut. Dann nehmen wir die 1000 Gold mal mit. Und die Bluternte. Das müssen wir uns mal anschauen. Bluternte klingt gut. Dafür kriege ich Ruf im Hammer. Klar, dass ich Tjalf Truhe eröffne, ist ja auch interessant. Aber gut. Wir sind also bei ein paar und 40 Rufrufen. Das ist echt wenig. Also, muss ich mal sagen. Das ist wirklich wenig. Was haben wir denn eigentlich an altem Wissen? 98 ist nicht so prall. Ich wollte ja eigentlich mal altes Wissen deshalb skillen, weil ich gern hier Ovalanoss tragen würde. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das wird zu hart. Was würde ich... Ach ja, ich wollte nach der Bluternte schauen. Genau. Wir tragen jetzt hier die Söldnerarmbrust 180. Ja. Auf jeden Fall. Das wird die neue Nummer 3. Silbe Waffe, nur ein Braun. Okay. Gut. Hat sich da doch so ein bisschen gelohnt, muss ich sagen. Gut. Haben wir hier noch Schnapsbraun mit U-Golf, Erz für U-Golf, Stainers Rüstung. Muss ich dann noch... Ah ne, 100 Erzbraun. Okay. Ähm, wie viel habe ich denn? Es kann natürlich sein, dass ich jetzt genug habe. 126. Sehr schön. Stainer, Stainer, Stainer. Wo bist du? Ich weiß nicht. Ich... Äh, wo muss ich hin? Jetzt schlafen sie ja natürlich alles. Ich glaube, dein Ernst? Schwieriger jetzt, den zu finden. Aber ich würde denken, es war hier, oder?